Ja, hallo, Sönkele hier. Ja, ich gehe jetzt davon aus, dass Sie sich die Liste angeschaut haben mit den Produkten, die 4- bis 5-stellige Umsätze pro Tag auf Amazon generieren. Falls Sie das nicht gesehen haben mit den ganzen Kategorien und den Produkten, da das auf Englisch ist, dann zeige ich Ihnen das in einer meiner nächsten E-Mails, wie das Ganze funktioniert. Erkläre das natürlich auch auf Deutsch. Was in dieser Liste natürlich nicht zu sehen ist, sind Produkte, die sogar 6-stellige Profite pro Tag generieren. Dazu später mehr. Was wichtig ist bei dem Business? Es ist wichtig, dass Sie ein eigenes Produkt haben. Dass Sie nicht ein Produkt von einem Großhändler kaufen, was bereits mit einer eigenen Etikette von einer fremden Firma versehen ist und dieses dann anbietet. Die Chance ist gering, dass Sie damit sehr viel verkaufen. Die Chance ist sehr viel höher, wenn Sie Ihre eigene Etikette, das heißt Ihr eigenes Label für das Produkt anfertigen lassen und es dann auf Amazon verkaufen. Wie das Ganze funktioniert, das erfahren Sie ebenso in einer meiner nächsten E-Mails. Der nächste Punkt ist, wie können Sie das Business von überall ausführen? Ich habe es 2003 bereits von Thailand ausgeführt, weil ich mich damals sehr häufig dort aufgehalten habe. Das Business können Sie von überall ausführen und es funktioniert folgendermaßen. Sie senden die Produkte zu einem Zulieferer von Amazon bzw. zu Amazon direkt und diese senden es dann zu dem Kunden, der es über Amazon verkauft. Das, was Sie brauchen, ist ein Laptop oder ein internetfähiges Produkt. Das kann auch ein iPad sein oder ein Smartphone. Ja, und eine Internetverbindung natürlich. Und dann können Sie dieses Produkt von überall verkaufen. Dieses Business von überall auf der Erde, ortsunabhängig ausführen. Wie genau das nochmals funktioniert, erkläre ich ebenso in einer meiner nächsten E-Mails. Sie sollten jetzt schon so viel wissen, dass Sie nur ein Laptop brauchen, ein Internet, ein Produkt mit Ihrer eigenen Etikette, was vom Großhändler zum Amazon-Lieferdienst gesandt wird und von dort wird es dann zum Kunden gesandt. Wie Sie ganz hoch kommen, auf die vorderen Plätze und das ganze System näher erklärt, das lernen Sie in einer meiner nächsten E-Mails. Danke für die Frau Aufmerksamkeit. Tschüss sagt, Sie hören Gelder. Bis dahin.